»Bin ich für dich ein wildfremder Mann?« »Natürlich bist du das!« Reto schaute sie betroffen an. »Gut, Agnes. Ich verstehe.« Damit verließ er das Zimmer. Womit Agnes nicht gerechnet hatte, war, dass Reto seine Sachen packte und das Haus verließ. Kurz darauf hörte sie, dass Auto weg waren. Reto war wütend und fuhr so schnell er konnte auf die Autobahn. Er fühlte sich missbraucht. Er hatte Agnes heute im Arm gehalten, hatte ihr Verlangen gespürt. Es kam doch nicht nur von ihm, das Verlangen. Und wieso empfand ihn Agnes plötzlich als wildfremden Mann? Er ließ sich nicht als Trottel behandeln. Je weiter er fuhr, desto wütender wurde er. Hatte er sie doch ohne Zögern in dieser schweren Nacht begleitet und war bereit, alles auf sich zu nehmen, ohne dabei an seine eigenen Bedürfnisse zu denken. Nach vielen weiteren Autobahnkilometern kamen ihm Maximilian und Natascha in den Sinn. Sie würden es auf keinen Fall verstehen, wenn er morgen früh nicht mehr da wäre. Eigentlich konnte er das den Kindern und auch Maria nicht zumuten. Seine Wut wurde schwächer und begann dem Mitgefühl für die Kinder Platz zu machen. Wie würde Maximilian das aufnehmen, der ihn in diesen schweren Stunden so sehr gebraucht hatte? Nein, das konnte er ihm nicht antun. Seine Eitelkeit musste er vergessen. Hatte er das nicht sein ganzes Leben lang getan? Hatte er je nach seinem Verletzten Stolz gefragt? Wieso gerade jetzt? Wieso mit Agnes? Bei der nächsten Ausfahrt drehte er um. Es war besser, zurückzufahren und sich im Principe Leopoldo ein Zimmer zu nehmen. Katharina war durch das Geräusch des wegfahrenden Autos wach geworden. Was war passiert? Sie schlich sich leise aus dem Zelt, ohne die Kinder zu wecken, und rannte ins Haus. Agnes, bist du da? Sie klopfte an ihre Zimmertür und fand Agnes weinend im Bett. Oh, du Babe, was ist los? Du, mit deiner blöden Idee mit dem Zelt. Du hast doch nur bezweckt, dass wir allein im Haus sind. Kapierst du denn nicht, dass das nicht geht? Nicht in so einer Situation?